Check24 präsentiert die unvergleichliche Show. Sie war fünf Jahre die Tochter der Check24-Familie. Mary Bergmann ist bei uns. Hi. Können wir ein Selfie machen? Heute. Im Skript steht, dass wir den Check24-Foto-Check erklären. Foto-what? Kennst du nicht? Du öffnest einfach die Check24-App, fotografierst deine Versicherung und schwupps werden alle Daten übertragen und du kannst direkt wechseln. Ich wusste nicht, dass man auch in die Richtung fotografieren kann. Ich fotografiere immer so. I know. Ich folge ihr auf Instagram. Check24, Deutschlands größtes Vergleichsportal.